Guten Morgen, liebe UV-Leser. Sie befinden sich hier im Lohner Kreißsaal. Herzlich willkommen. Hier finden im Jahr circa 460 Geburten statt und das ist hier einer unserer Kreißsäle. Er ist auch im Moment gerade frequentiert. Das heißt, die Mutter, die hier ihr Kind kriegen will, darf sich frei bewegen und zwischendurch werden Herztöne gehört und Kontrollen gemacht und sie erwartet ihr drittes Kind. Das wird ein wunderbares Erlebnis und auch Heiligabend finden hier Geburten statt. Erfahrungsgemäß alle zwei Jahre mindestens ein, zwei Kinder. Hier befinden wir uns in unserem Wellnessbadezimmer. Das heißt, die Schwangeren können unter der Geburt entspannen, sich in der Entspannungswanne aufwärmen, Kraft schöpfen und die Geburt so leichter erleben. Im Namen des San-Franciskus-Hospitals und der Belegschaft des Kreißsaals wünschen wir allen UV-Lesern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.